Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu The Concil. Ja, das ist noch von der ersten episode, also von der anderen episode, deswegen habe ich das jetzt schnell übersprungen, aber ich musste halt vorhin ein ende machen und ich weiß nicht, manchmal geht es halt weiter, manchmal geht es halt nicht weiter, deswegen wir haben jetzt episode 1, episode 2 und 3 abgeschlossen und sind nun bei episode 4 kapitel 11 der lanzenstoß und ja da haben wir noch drei kapitel und dann kommt episode 5 und ja je nachdem hier wir werden sehen ich habe jetzt in der letzten folge halt habe ich ein bisschen geschummelt und habe mir natürlich aus dem internet die lösung für die kryptatür rausgesucht weil ich wirklich verzweifelt war ich habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe nichts gefunden wir machen aber direkt weiter und haben jetzt nichts anderes gefunden was wir lesen könnten wir finden einfach keine neuen sachen hier 1 2 3 4 5 6 7 7 sachen müssten wir eigentlich jetzt noch lesen haben wir nicht naja gut keine mittel ich sensed that mr peru is about to surprise us too i believed in him i followed him to the best of my ability i champion his ideas defended his decisions and then without even realizing it i became lost now that i've told you everything you want to take my place do you know i am emily you are wasting your time louis knows very well how to tell us apart someone had the bank coming from the duchess's room and she isn't answering we you really must learn to conceal your weaknesses better if you don't want your foes to use them against you our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all and to no longer suffer the random hazards of history it is the natural order of things monsieur de riche there have always been men who govern other men that is simply the way it is history forgets them with a disconcerting facility no one speaks about them and yet they whisper in the ears of kings and presidents Meine Güte, nee! Wir sollten auf der Hut sein! Ja definitiv! Wir sollten auf der Hut finden finden! Wir sollten auf der Hut finden! Wir sollten auf der Hohle Lanz sein! Der Wut? Der Lanz der Lanz der Lanz der Centurion! Der Wer? Ach, DIE Lanze? Ach, DIE Lanze! Du musst auf der Seite! Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Yeah. I want to know, mother. Why did you betray her? Listen, Louis. I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons or we are all doomed. Don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake. No matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not even- Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right. We'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piagi. He's the one who probably knows the most about this. Ich würde aber gerne eigentlich immer so... Hui. Gucken. Was hier so ist. Das sieht schon cool aus, ne? Also... Das ist... Wie kann das denn sein, optisch? Hinter Steinen, oder was? Na, keine Ahnung. Okay, gut. Huchala. Jetzt bin ich hier rüber gesplittelt worden. Dann wollen wir mal mit Piagi. Ein Reden. Der war zuletzt in seinem Zimmer. Oh, es kotzt mich an, dass ich hier immer diesen Einweg hier immer so rausgehen muss, ne? Ja. Oh, Piagi war in seinem Zimmer. Zuletzt. Da muss ich das noch wieder finden. Das ist Volna. Na, endlich sehe ich mal einen, der hier putzt. Na, dann halt nicht. Ah! Jacques Perru. Wir können da rein. Und ich komme mit ihm wieder quaddeln. Ja, klar kann ich hier wieder rein, weil hier keine Sau ist. Ja. 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 Matthias? Du auch. Duke.. Manuel Godoy. Ja. Ich sehe dich jetzt zu machen. Nuh-uh. Monseigneur ist immanent Cardinal Piaggi. Der Cardinal ist nicht in seinem Ruhm. Ich glaube, er hat sich zurückgezogen. Entschuldigt. Er hatte hier gerade was. Oh, was haben wir denn da oben? Hab ich das vorhin alles nicht gesehen? Hm. Er stoppt sich wieder voll. Also war das so eine Anspielung darauf? Dass er wahrscheinlich beim Essen ist. Ja. Er hat mir gedacht. Ja. 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 Achso, ich muss andersrum. Boah. Ist aber auch tief hier, ey. Wird wahnsinnig werden. Was habe ich denn hier eigentlich alles noch? Ähm. Jawoll. Da ist er doch. Oh. Los. Schmeiß ihn runter. Hä. Praktisch. Ja. 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 Hmm, I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus, trust his Lance in the right side of Jesus. Please, as you wish. His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Äh, was ist mit ihm los? Ich bin nur neu. Was ist mit ihm los? Your Eminence, you're worrying me. What is happening to you? Nothing, Louis. Just a moment of weakness, but I'm better now. I am all ears. You are looking for the Lance. You should know you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? Nein. No, you were the first I've spoken to about this. Come now, Louis. Are you quite sure of that? Ja. Mit meiner Mutter. Niemand. Ich will mich schützen. Hm. Äh, ich will die Dämonen verjagen. If I told you why I needed this Lance, you would never believe me. Trust me. You can tell me anything. It's our only chance to vanquish the demons. Oh, my dear God, Louis. You sound just like Sarah. Do you realize you are following the same path? Step by step, Sarah also started by imagining things. She, too, spoke of demons, I am told. She could no longer speak to anyone and saw a hidden monster in every guest, lurking in the shadows, ready to devour her. You must let us help you. Oh, Louis. I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spearheaded Lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the Lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions. Or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. Yeah, uh, good. Suche weiterhinweise oder wähle eine Lanzenspitze aus. Oh mein Gott. Oh Gott, was kommt denn da jetzt alles? Also die, ähm, Lanze ist zwar voll mit dem Blut, also die Spitze mit dem Blut Jesu, ne? So. So. Wirkliche Infantionenquellen. Esoterik-Spezialisten. Wer ist das? Künstlerische Darstellung und heilige Texte. Toll. Einer Sauf-Feder aufweist. Einer Sauf-Feder aufweist. Einer Sauf-Feder? Was? Einer was aufweist? Einer Sauf-Feder? Scheiße, was das denn, ey? Ja, verschiedene Leute. Hm. Also wieder eigentlich jeden anquaddeln. Wie der mir begegnet. Washington, hast du ne Ahnung von... Be Board. Da? Va... Ich gehe erstmal hier durch Haben wir hier jemanden? Nein, aber hier ist Hanni. Oder irgendwas anderes. Nee, nee. Hier ist gar keiner. Da war ja auch keiner. Da bin ich ja vorhin runter, glaube ich. Okay, dann gucken wir mal nach oben. Hier müsste direkt Volners Zimmer sein. Er ist nicht da. Toll. Schau, ein Blotter. Und wahrscheinlich hat es schon mal benutzt. Ich frage was, was Volner zu schreiben. Es ist schmutzig. Es ist nicht alles legible. Ich kann die Signatur aus dem, und... Okay. 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 Okay, gut. Ach so, ja. Er ist zur Anlegestelle. Oder muss ich da dann auch hin? Ich stehe nochmal hier durch. Ich schlugge. Ja. Ich schlugge. Ich schlugge. Also, wir schauen uns, was Volner hat in seiner Buchkase. Mhm. Mhm. Ah. Ich schlugge. Ich schlugge. Ich schlugge. Ich schlugge. Ähm, ich habe nach ihnen gesucht, die Lanzen. Was haben Sie mit Ihnen gehört? Ich habe Sie gehört, mit Piaget zu sprechen. Was sind Sie zusammen mit Piaget? Nein, ich... Oh, gut. Ja, wir suchen den Heiligen Lanzen. Das Imbecile hat Mortimer gegeben, die alle, die in der Privatkollektion des Heiligen See gehalten hat. Aber das ist nicht das, was Sie denken. Ich... Hang on a minute. Du bist der Mann suchen den Heiligen Lanzen. Nein, ich... Du bist nicht für mich. Du bist der Heiligen Lanzen. Ähm... Auf das Al-Azif zu sprechen kommen. Not at all. I've come here to talk to you about the Al-Azif. Ach, you are lying through your teeth. You are not here for the Al-Azif. No, of course not. What makes you think that? You are a very bad liar, my lad. Don't think you're going to get away with it so easily. What do you play, Natriche? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see. You want it? And so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine. You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double cross me and Piaget too. What on earth is he talking about? Ja, das verstehe ich gerade auch nicht. Äh... Ja, ich will sie home geben. Nein, verflucht. Ähm... All right, all right. Calm down. I don't give a damn about getting you and Sir Gregory's bad books. Look at yourself, goddammit. You're ridiculous. Shut it. Don't think you're going to fool me so easily. If you're not looking for the lance for Sir Gregory, then why do you want it? Drop it. I can see very well, you're trying to take me for a ride. You have no idea of what you're getting yourself into, Du Richet. Don't think you're going to get off lightly. Never will I help you find the golden lance of Longinus. Never. Don't make me your competition, Du Richet. You are no match now. Get out of here. Okay. Das war jetzt das erste Mal, dass ich so ein Ding... Der Fisch. Okay. Ähm... Ich geh mal hier oben noch hin. Wir haben Blut, Saufhede, Fisch... Hier ist doch ne Lanze. St. Longinus. Let's take a closer look at his lance. It is shaped like a leaf. Like the real lance maybe. How can I be sure? No. This is too easy. Mortimer is trying to throw me off the track again. It seems too visible to be true. Impossible not to see the statue on first glance given its size. And Mortimer has no interest in making the shape of the true lance so easy to see. Es soll ja, ähm... Eine Saufhede... Saufhede... Saufhede stand da. Ich weiß nicht, was das ist. Soll ich jetzt verschiedene... Lanzen ausprobieren? Also muss ich jetzt die Statuen alle suchen, die halt... Was ist mein Zimmer? Verschiedene Statuen durchsuchen. Oder? Oha, ich bin total wisch gerade. Stehen hier überhaupt hier oben noch... Ich geh mal kurz runter. So. Hier sind zwar viele Figürchen, aber... Ich weiß nicht, was dauert immer irre lange. Aber ich muss ja natürlich auch erstmal hier so ein bisschen gucken. Oder... Suche weiterhinweise oder wähle eine Lanzenspitze aus. Aber wo soll ich die denn auswählen? Okay, ich muss die heilige Lanze finden. Er von Wollner hat beiläufig erwähnt, dass die Lanze des Longinus aus Gold besteht. Piaggi hat mir erzählt, dass die Lanze die Form einer Saufeder aufweist. Bei der Statue von Longinus hat die Lanzenspitze die Form eines Blatts. In der Biografie über den Centuri Longinus steht geschrieben, dass in die Lanzenspitze ein Fisch-Symbol eingrabiert ist. Ich weiß nicht, dass die Lanze die Form einer Saufeder aufweist. Oder eines Blattes... Ich weiß nicht... Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich jetzt... Oh, ich hasse diesen Raum hier. Ob ich jetzt hier irgendwo diese ganzen verschiedenen Figuren finde? Ich habe hier eine Figur und die hatte einen Fisch drauf, aber die hatte die Form eines Blatts. So. Ist hier was vielleicht? Weil ich sehe ja hier auch sonst keine Statuen. Das ist ja das, was mir so komisch vorkommt. Die einzige Statue... Ne, hier ist auch noch eine. Aber... Die hat keine Lanze. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt Schluss machen muss. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss...